Mach das mal. Der kriegt einen Herz nicht packt und dann... Mann! Muss ich bezahlen? Ja, muss ich bezahlen. Genau. Ich glaube, die Kinder spielen ganz anders mit denen. Ich hätte wirklich, ich hätte wirklich als Kinder mit Angst vor dem Helm. Meine Großeltern haben mich immer zu den Hühnern geschickt und ich wollte nicht. Ja, als Kind sind ja die Hühner auch noch größer. Oh, gut! Wirklich schön. Ja, da sind die vier, die Ziegen. So werden die dann hier gehalten. So im Freien einfach. Ja, ja. Dann müssen die bewacht werden. Ja! Nicht, dass die dann abends in der Insel gestohlen werden. Ja! 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 Ja, drüben. Ja, abends werden die dann auch schon... Warum? Ja, sitz. Traditionelles Dorftier-Rum. Maulbeeren. Kann man essen? Ja, die kann man in Deutschland getrocknet kaufen. Getrocknete Maulbeeren sind sehr, sehr lecker. Ja, ich erinnere mich auch schon damals. Aber jetzt bin ich nicht so ganz sicher. Ich kenne eigentlich sowas. Aber das ist von damals, so meine Kindheit. Maulbeeren? Maulbeeren. Maulbeeren. Wieso heißt Maul und Bären? Wieso? 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 Wieso?